Musik Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Feld unseres Meisteranbauers Jussar, ein Clementinenfeld. Und ich möchte mich zuallererst mal vorstellen, wer ich bin. Mein Name ist Erich Holzmann, ich bin bei St. Luca schon viele Jahre und mache jetzt Schulungen und auch mein Wissen weitergeben an Interessierte. Und deswegen machen wir heute auch dieses Webinar für Orangen und für Mandarinen. Wir sind hier, wie ihr sehen könnt, mitten im Feld. Ihr hört vielleicht im Hintergrund Geräusche. Hier wird gearbeitet, hier werden Früchte gepflückt, hier werden gerade auf den LKW geladen. Das wird gleich etwas ruhiger werden. Aber wie ihr seht, mitten in einem Feld von Clementinen. Aber wir werden nicht nur über Clementinen reden, sondern generell Orangen und Mandarinen, Clementinen, da der Anbau und die Pflege und das Händeln alles ähnlich ist. Egal ob das Mandarinen oder Orangen sind. Warum machen wir dieses Webinar? Wir erleben zum Beispiel auf Facebook oder anderen Medien einen regen Gedankenaustausch. Sprich, ihr fragt neugierig, kritisch, manchmal auch sehr kritisch rund um die St. Luca Orangen und Mandarinen. Und wir haben uns gefragt, wie können wir auf diese unterschiedlichen Fragen zuverlässige und realistische Antworten geben. Und das ist für uns der Anlass, euch direkt vor Ort, da wo die Früchte wachsen, Informationen zu geben. Und ich bin sicher, dass ihr mit diesen Informationen ein besseres Verständnis für Orangen und Mandarinen bekommt. Ich möchte mal mit allgemeinen Informationen beginnen. Und zwar, Obst und Gemüse sind Naturprodukte. Und wenn es im Freilandanbau wächst, dann auch zu den Gesetzen der Natur. Wer mit Obst und Gemüse arbeitet, hat immer einen starken Partner, der ihm hilft, beste Qualitäten zu produzieren, aber genauso gut, im wahrsten Sinne des Wortes Bedeutung, die Ernte verhageln kann. Ich rede von der Natur, der Sonne, dem Regen, dem Wind, der Hitze und der Kälte. Alles beeinflusst die Qualität und Haltbarkeit der Früchte. Wer mit der Natur arbeitet, kann keine hundertprozentige Garantie geben. Es wird einmal noch mal nachgefragt, wo das hier jetzt stattfindet. Wir sind hier in der Provinz Castellón von der Comunidad Valencia, also vom Bundesland Valencia, auf einem Feld, ich habe es glaube ich schon erwähnt, von unserem Meisteranbauer Jusar. Genau, und die nächste Frage wäre dann von der Clara. Was gibt es Wissenswertes über den Anbau von Citusräumen? Ja, das kann ich euch sehr gut sagen. Wir stehen ja hier mitten im Feld und anhand der Bäume kann ich euch das sehr gut erklären. Die jungen Bäume, die gepflanzt werden, kommen von der Baumschule, die die Bäume so präpariert, dass sie ungefähr in einer Höhe von 50, 60 Zentimeter gepflanzt werden können. Wir sehen hier Bäume, die würde ich mal sagen so 10, 15 Jahre alt sind und die natürlich auch dann gepflegt werden müssen, wo eine Bewässerung stattfinden muss. Die Pflege beginnt vom ersten Tag an, das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass die Bewässerung stimmt. Und wenn wir mal auf den Boden schauen, sehen wir hier solche Kabel liegen, das sind Wasserkabel, wo das Wasser austritt. Und wenn ihr genau hinschaut, nicht direkt am Baum, sondern ungefähr ein Meter Abstand zum Baum. Warum? Weil die Wurzeln des Baumes sind am Ende mit sogenannten Bärten, die feinen Äderschen, die das Wasser aufnehmen. Das ist also ganz wichtig und damit kann ich wohl dosiert, kann ich die Bäume bewässern. Früher wurden die Felder überschwemmt. Jeder hatte seine Zeit, aus dem an der Seite vorhandenen Kanal das Wasser zu nehmen. In der Zwischenzeit ist Wasser kostbar geworden und deswegen wird das jetzt mit diesen Schläuchen gemacht. Die Mandarinen und die Orangen kommen alle aus dem asiatischen Raum, sprich genauer aus dem Südwesten Chinas oder Nordosten Indiens. Da ist der Ursprung von den Mandarinen und auch von den Orangen. Schon vor 3000 Jahren wurden sie schon genannt. Und bleiben wir mal bei den Orangen. Die Orangen, die bis zum 15. Jahrhundert nach Europa gekommen waren, im westlichen Mittelmeerraum, waren alles bitter Orangen. Erst mit der Entdeckung des Seeweges der Portugiesen nach Indien und China fanden dann die Süßorangen ihren Weg in den westlichen Mittelmeerraum. Zum Beispiel hier in Spanien wurden die ersten 1781 genannt, und zwar aus der Provinz Valencia, südlich von Valencia, aus dem Ort Cargajent. Das waren die ersten Süßorangen. So, dann ist gleich die nächste Frage von dem Thomas. Wo werden denn heute Orangen und Mandarinen angebaut? Heute werden Orangen und Mandarinen weltweit in dem tropisch bis subtropischen Gürtel angebaut. Die wichtigsten Anbauländer für den europäischen Markt sind natürlich Spanien, was den größten Anteil hat, aber auch Marokko, in der Zwischenzeit Italien und auch Türkei. Und dann für die Sommermonate kommen die aus Südafrika, Argentinien, Chile und Peru. Das sind so die Angebote, die von Mai, Juni bis zum Beginn der spanischen Ernte im Oktober geliefert werden. Spanien hat das größte europäische Anbaugebiet, habe ich jetzt schon erwähnt, und das beginnt nördlich von Valencia an der Mittelmeerküste von Tarragona bis nach Andalusien mit der Provinz Huelva, nach Sevilla und Portugal gehend. Da werden kommerziell Orangen und auch Mandarinen angebaut. Super. Ja, dann gibt es von der Malte auch die Frage, welche Bedingungen sind denn ideal für Orangen und Mandarinen? Ja, wir sind hier gerade an einem idealen Ort, wo gerade für Clementinen, besonders für Clementinen und Orangen, ideale Bedingungen herrschen. Hier, wir sind in der Nähe des Mittelmeeres, werden entfernt von hier circa 5, 6 Kilometer, wird das Mittelmeer sein und die ständige Brise, die vom Mittelmeer kommt und die ansteigenden Berg bis zu den Mittelgebirgen, die wir hier oben sehen, das sind die idealen Bedingungen. Nährstoffreicher Boden und vor allen Dingen auch immer ständiger Wind und eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Die Citrusbäume sind ja immer grüne Bäume und nehmen nicht nur Feuchtigkeit über die Wurzel, sondern auch über die Blätter auf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann hat einmal die Nadine gefragt, welchen Sorten Orangen gibt es und was sind ihre Unterschiede? Ja, es gibt eigentlich mehr als 400 bekannte Orangensorten, aber davon haben höchstens 30 mehr oder weniger große wirtschaftliche Bedeutung. Die große Vielfalt, die hat man zur besseren Unterscheidung in vier Gruppen eingeteilt. Und zwar die Familie der Nappelorangen, der gewöhnlichen Orangen mit den Sorten Valencia-Late und Salusianas, die Blutorangen und die Zuckerorangen. Aber Zuckerorangen spielen hier bei uns keine Rolle, sind lokal im asiatischen Raum. Die Unterschiede der beiden Hauptsorten, eine Frage kommt. Genau, es kam jetzt gerade erst einmal eine Frage von der Sie. Was sind die Inhaltsstoffe eures Orangensafts bzw. was passiert mit den Schalen? Darf ich das in der nächsten Chart, wenn ich über Sabsorangen rede, beantworten? Ich möchte erst einmal den Unterschied der beiden Sorten erwähnen. Und zwar der überwältigende Teil der heute angebotenen sogenannten hellfleischigen Orangen sind die Familie Nappel und aus der gewöhnlichen Orangenfamilie die Valencia-Late und Salusianas. Die Nappel-Familie steht jetzt von November bis Ende Mai zur Verfügung. Das sind alles Untersorten aus der Familie der Nappel. Und die Valencia-Late-Orangen beginnen mit der Salusianas im Dezember und bis März werden die geerntet. Aber die Valencia-Late kann sehr lange am Baum bleiben, sodass man also sehr lange damit beginnen kann. Genau, und jetzt eben, was sind die Inhaltsstoffe und das mit der Schale? Was passiert mit der bei den Orangen? Die Frage, was heißt, was passiert mit der Schale? Genau, einmal das und was sind die Inhaltsstoffe, also unseres Orangenfamilie? Aber was passiert, will der Kunde wissen, was vom Feld her mit der Schale passiert oder was? Ich verstehe die Frage nicht. Können wir ja mal so fragen und dann vielleicht beantworten, wie das im Chat, dann können wir darauf mehr eingehen. Würde ich sagen, ja. Dann einmal von der Nuria, warum haben kernnose Mandarinen auch manchmal Kerne? Ja, wir sind ja hier in einem Feld von Clementinen und Clementinen gehören zu der großen Familie der Mandarinen. Die Clementine ist von Natur aus kernlos, aber wir haben immer wieder mal die Zeit, dass es Kerne gibt, auch bei den Clementinen. Woher kommt das? Es gibt zwei Hauptgründe dafür. Den ersten Grund, den hat man eliminiert. Man hatte festgestellt, wenn man zwei unterschiedliche Sorten aus der Familie der Clementinen zu nah aneinander anpflanzt, kann es während der Blüte durch Wind oder Insekten zu Kreuzbestäubungen kommen, was wiederum dann provoziert hat, dass es einen Rückfall in die Urmuttermandarinen mit den Kernen gibt. Das hat man eliminiert, indem man die Sorten unterschiedlich weit voneinander angebaut hat. Der zweite Grund ist, es gibt aber trotzdem immer wieder Mandarinen oder nicht Clementinen, die Kerne haben. Da gibt es eigentlich nur eine vernünftige Erklärung. Es ist ein Rückfall der Natur in die Gene der Kerne. Das ist der Grund. Und was sind dann, welche Sorten gibt es von Mandarinen und Clementinen, das fragt der VT? Wir sind, die Sorte, was hier aus Spanien kommt, so ab Mitte Oktober bis Ende Dezember, vielleicht noch ein, zwei Wochen bis in Januar rein, das hängt immer vom Wetter und von der Nachfrage ab, sind alles Clementinen, also kernlose Mandarinen. Sie stammen alle von einer Sorte der Clementina ab, wo dann Mutationen stattgefunden haben. Und das Beispiel kann ich euch sagen, diese Sorte hier heißt Clement Nulles. Warum? Weil die 1953 in einem Feld von dem Ort Nulles, hier, der hier auf der linken Seite liegt, gefunden wurde und die Eigenschaften hatte, die etwas anders waren als die Mutter Fina. Die Clement Nulles ist zurzeit die am meisten angebaute Hauptsorte von November bis, wie gesagt, Weihnachten. Die Heike fragt einmal, wie lange dauert es von der Blüte bis zur erntereifen Wandarine? Wir haben ja Frühsorten von den Clementinen, die schon Anfang Oktober geerntet werden. Die Blüte ist ungefähr im April, also rechnet man mal aus. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober sind das sechs Monate, die früheste. Die Clement Nulles ist drei, vier Wochen später. Das sind die von den Clementinen. Das sind die Sorten der Clementinen.